Ich dachte mir halt, dass es zwischen uns noch knallt. Ich mein's so wie ein Knallbonbon. Doch die Flaschen in den Taschen sind genauso dumm wie wir und die Liebesbriefe gibt es auch nur noch auf Esspapier. Ich dachte mir halt in meiner Frauengestalt, ein paar Filme zu zweit wären ganz nett. Von sexueller Frohnatur mit Sahnehäubchen nur und ich geh zum Hörer hin, weil ich auch eine gute Zuhörerin bin. Doch der Frosch auf dem Klavier sitzt immer noch hier und der Klapperstolch kommt nicht mehr nach Haus. Das Telefon klingelt schon im klapprigen Ton und alleine halte ich es auch nicht mehr aus. Doch der Frosch auf dem Klavier sitzt immer noch hier und der Klapperstolch kommt nicht mehr nach Haus. Das Telefon klingelt schon im klapprigen Ton und alleine halte ich es auch nicht mehr aus. Und ich dachte mir mal in meiner Liebeswahl wird höchstens um das Knallbonbon gezofft. Ich dachte mir halt ein anderes Mal, vielleicht gehst du irgendwann hin und dann macht es Peng und alles Doof ist weg, weil ich eine Fraumprinzessin bin. Doch der Frosch auf dem Klavier sitzt immer noch hier und der Klapperstolch kommt nicht mehr nach Haus. Das Telefon klingelt schon im klapprigen Ton, doch alleine halte ich es auch ganz gut aus. Und der Frosch auf dem Klavier sitzt immer noch hier und der Klapperstolch kommt nicht mehr nach Haus. Das Telefon klingelt schon im klapprigen Ton und alleine halte ich es auch nicht mehr aus.